Hallo, hier ist Martin von Mann und Mann Kistas, die DAX-Analyse für Freitag, den 14.08.2020 und damit den letzten Handelstag vor der neuen Verfallswoche, die dann nächste Woche anfängt. Unser DAX hat jetzt hier, ja, nicht mehr so richtig die Welle geritten gekriegt, bzw. waren gar nicht mehr so richtig große Wellen. Wir haben jetzt zum Donnerstag erwartet gehabt, dass er vielleicht mit einem kleinen Aufwärtsgab reinkommt und sich dann hier so Stück für Stück eben runterhangelt. So eine typische Donnerstagsmanier, halt wirklich ein bisschen auch hin- und herzuckelt. Das Hin- und Herzuckeln hat er gar nicht so gemacht, das ist aber trotzdem relativ gut auf der Route geblieben, es hat halt nur der Schlag oben rausgefehlt. Ansonsten ist er dem ganz gut nachgekommen, sodass das jetzt hier rausgehen könnte. Deswegen zu den Scheinen gleich ganz kurz, bloß bleiben genauso. Sind die gleichen vom Vortag, würde ich jetzt hier auch wieder nehmen. Und zwar sollte man schon versuchen, jetzt, glaube ich, der Bewegung mitzugehen. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir oben raus starten, wenn wir nach oben rausziehen, dass der DAX hier relativ straight einfach zurück zur 1380, 13100 rennen kann. Ich glaube, wenn er das macht, sehen wir auch zum Montag spätestens dann in einer 1371, 13200, das denke ich schon. Weil die Situation, die der DAX jetzt hier geschaffen hat, das ist eine super Vorlage, um auch richtig Bewegung nach unten rauszuschaffen. Wenn er die jetzt nicht aufgreift und dann läuft er wieder dran hoch zurück, dann wird er durchgehen. Also dann glaube ich nicht, dass er nochmal da oben einen auf den Deckel kriegt, dann wird er hier halt, ich glaube, dann wird er durchgehen. Also deswegen zum Freitag, hier meine Erwartungshaltung, wenn er nach oben rausarbeitet, auch insbesondere, wenn er sich vielleicht über die 13.000 wieder gehoben gekriegt, über 13, was ist das hier, 1310, sollte man, also Stunden Schlusskurse über 1310, alles was darüber geht, das ist eigentlich positiv. Das ist alles Richtung 1380, 13100 und dann später auch 13170, 13200. Unten wird es aber interessant, weil geht der DAX zum Freitag jetzt unten raus, also damit meine ich nicht bloß so abwärts gehen und dann direkt nach oben. Das kennen Sie aus den letzten Wochen, das hätte ich ganz oft gemacht, so kurz nach unten reisen und dann direkt nach oben durch und dann Tagesstoß am Tagesende. Das kennen Sie alle, da braucht man nicht drauf eingehen, aber sollte der sich zum Freitag wirklich konstant nach unten vorarbeiten, dann kriegt man hier wirklich interessante Zielkorridore, die er jetzt erreichen kann. Also wenn Sie den Trend ziehen, sehen Sie, der ist noch im Aufwärtstrend, der ist noch nicht unter einem neuen Tief, der ist auch etwa so ungefähr, wenn man hier, sag ich mal, mit einem kleinen Bogen die Linie ziehen würde, der ist noch drin. Das heißt, aufwärts ist schon okay und kann gut klappen, aber wenn nicht, wenn nicht, dann steht er an der 37 hier wieder halt. Dann geht er über die 830, das ist hier, geht er drüber, zuckt vielleicht an der 850 rum, also 850, ich sag mal, 850 ist für mich noch so Grenze zum Bullischen. Zackt er hier unten der 850 und direkt wieder hoch, dann kann er den Pfeil hier eben machen, also bis hoch zur 1380, das geht von der 12850. Aber was tiefer geht, was tiefer geht, geht tiefer, Punkt. Und zwar mit dem neuen Tief, das dann kommt, kann er weitergehen und er kann sich sogar genauso vom Bewegungsverhalten, wäre es am besten, wenn er genau das macht, was er am Donnerstag gemacht hat. Das wäre für ihn am effizientesten, dieses konstante, ruhige Abgleiten, das wäre wirklich, das wäre, was, ich habe hier gerade kein Wählern mehr. Ja, das wäre für ihn wirklich am effektivesten oder am effizientesten, um runterzukommen halt, ne, das funktioniert ganz gut, weil da genug Leute einfach aus dem Short rausgehen, weil es ihnen zu lange dauert, genug Leute Gelegenheit finden, um Longpositionen aufzubauen, die sie dann nicht mehr rauskriegen. Also, damit kann er sich gut durchwühlen halt, ne, das ist manchmal effizienter, wie wenn er so riesig reißt und dann alle denken, oh Gott, bis wohin fällt das denn und dann buchten alle da Short rein und dann dreht er direkt wieder um und das klappt dann nicht. Also, wenn er das vom Bewegungsverhalten zum Freitag so macht, unterhalb was drin und da würde ich jetzt einfach mal hier auch einen Short-Trigger mitnehmen. Ich setze den auch bewusst ein bisschen höher, Sie haben das gehört, was Sie gesagt haben, ich hoffe, Sie beachten das dann auch, nehmen das nicht nur so hinten, aber wenn er tiefer geht und auch unter die 8,50 und ich setze den Trigger trotzdem hier oben an, ne, also, wenn er tiefer geht, würde ich schon sagen, Ziel 8,30, Ziel 37, das sind die zwei Ziele unten. Ja, einmal hier der Cap-Close, der da, ja, so, und hier unten die 7,50, das ist der Cap-Close hier unten, Ziel wäre dann aber eher, Ziel wäre dann eher so 37 bis, ich sag mal, 6,40 im weitesten, ne, die zwei Ziele sollte man da auf dem Tacho haben. Ja, ja, das ist so meine Erwartungshaltung, an der 8,50 bitte ein bisschen aufpassen, das ist so, das ist so Tricky-Marke, ähm, Überraschungsmarke zum Freitag und ansonsten ist das Risiko auf jeden Fall auf der Unterseite da, weil wir haben, gucken Sie mal, von der Bewegung her, ne, er hat hier eine Abwärtsbewegung gemacht, hat die auskonsolidiert, hat eine neue kräftige Abwärtsbewegung gemacht, hat die zur Seite auskonsolidiert und eine neue Abwärtsbewegung gemacht. Bei den Abwärtsbewegungen ist aber was markant, sehen Sie diese, 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 wie er sich nach unten bewegt hat, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, ne, auch hier rote Kerze, 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 das heißt, es ist impulsiv, das ist dynamisch, er ist in den Rückläufen, ist er auch bei Weitem nicht dahin gekommen, wo er vorher zurückgelaufen ist halt, ne, also, er ist mit dem hier zum Beispiel nicht hier einfach wieder reingestochen und so weiter, ähm, in der Gegenseite hat der Dax das auch gemacht, aber hier ist prägnant, dass er hier eine, einen Aufwärtsstrang hat und dann eine ganz lange Seitwärtsphase gehabt und jetzt den zweiten Aufwärtsstrang gehabt, das heißt, es kann durchaus sein, dass das jetzt hier quasi eine Art Korrektur musste, von dem Teil war und jetzt hier nochmal so eine Bewegung nach unten starten kann und dafür ist das Level ideal hier oben, ne, und deswegen wäre es für ihn durchaus, also er hätte durchaus die Potenz, sag ich mal, um aus diesem Wegdrehen, was er hier oben gemacht hat, sich richtig was nach unten rauszuladen, also die, die Option, ist da, der muss er halt nutzen, ne, und das sehen sie, wenn er nach unten richtig treibt und wie gesagt, nicht nur ein kleines Abwärtscap, der muss wirklich, sie müssen sehen, dass der nicht bloß nach unten zuckt, sondern er muss treiben, der muss, sie müssen sehen, dass alles, was nach oben kommt, wieder nach unten verkauft wird, wenn sie nur eine schnelle rote Kerze nach unten sehen, ist das noch kein Zeichen dafür, dass der Markt super schwach ist, wenn er danach eine grüne Kerze stellt, die viel länger ist als die rote, am besten sieht man immer in den Rückläufen, wie stark oder schwach der Markt ist, ne, also, wenn er fällt und er machte schöne rote Kerzen und dann kommen grüne und der verreckt in den grünen Kerzen schon, da, da sehen sie, wie der Gesicht verzieht vor Schmerz beim Hochkommen, weil er immer wieder die nach unten zerkloppt bekommt und das ist Schwäche, das ist, das ist ideal, um weiter nach unten zu schorten, okay, so, damit haben wir das, wir haben darüber gesprochen, dass wenn er hochzieht, egal von wo, hier in dem Bereich, ne, also auch wenn es zum Beispiel von 8,50 einen schnellen Konto nach oben gibt, kann er die 13,80 erreicht, schon zum Freitag, 13,80, 13,100 und wenn er das macht, das ist auch wichtig zu verstehen, Montag, Kurspotenzial bei 13,1,70 und 13,200, ne, also, das nehmen wir mit, das ist wichtig, das da oben letztendlich auch, aber den können wir mal kurz rausnehmen, habe ja eh gesagt, den nicht so richtig, dass da nicht so richtig dran glaube, aber ist bei der technischen Analyse halt so, man sollte niemals nie sagen, so, damit haben wir das im Kasten, können wir hier zumachen, gehen noch auf die, auf den Tagesschau drauf und sehen jetzt hier, ja, Inside-Kerze, die gibt nichts vor, brauchen wir erstmal nicht beachten, wichtig wäre ein Tagesschluss unter dem vorherigen Tagesschluss, vor der langen Grün, ne, ein Tagesschluss darunter, dazu müsste er unter 8,60 close, also unter 8,50, unter 8,50 im Tagesschluss, hätte auch gute Karten zum Montag noch weiter zu feiern, halt, ne, und hier ein bisschen sowas in die Richtung, vielleicht nicht in die Richtung, aber was in die Richtung zu starten, na, ja, von daher, es wird interessant, also, es sieht super spannend aus, und, ähm, Freitag sind oft gemeine Tage, die nehmen den Tradern oft die Wochengewinne, weil sie sich anders bewegen, wie der Wochenverlauf, ne, also, weil sie eine andere Bewegungsstruktur aufweisen, ähm, deswegen machen sie sachte, weil er gemein werden kann, aber ich glaube, er kann auch zum Vorteil gemein werden, wenn man den richtig kommen sieht, den Freitag, wenn man da richtig eingestellt ist auf das, was dann kommt, dann kann das schon spaßig werden, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Freitag Spaß macht, äh, mal gucken, welche Seite, ich, ich, wirklich, also, ich, ich, könnte Ihnen nicht mal sagen, was ich eher glaube, na, doch, vielleicht, naja, ne, da bin ich befangen, also, ich habe einen Short drin, deswegen würde ich mir eher wünschen, dass er, dass er unten rausgeht, aber, ähm, ne, es ist wirklich, der kann auch genauso nach oben, das haben wir, wir haben es doch so oft gesehen, dass er immer wieder schön nach unten anzieht, eine schöne Vorlage macht, und dann nimmt er die erstbeste Stelle, um nach oben auszukommen, und das ist die erstbeste Stelle, er hat sogar schon angefangen, hier in dem Pfeil liegt schon eine halbgrüne Kerze, ne, also, wird sehr interessant, wird sehr interessant, wird sehr interessant, der Start zum Pfeil, und ich denke, der kann auch schön durchziehen, ich rechne schon, dass wir einen Tagesschluss eher Richtung Tageshoch bekommen, wenn er eben nach oben treibt, einen Tagesschluss vielleicht auch unten am Tief bekommen, wenn er nach unten treibt, kann ich mir gut vorstellen, jetzt auf dem Freitag, das würde auf die Woche irgendwie passen, ne, die, es waren alles bewegte Tage, wenn Sie da durchgucken, das war alles, das war alles recht bewegt, das hat alles Zug gehabt, na, egal, welcher Tag, das war sehr trendig gewesen, Freunde, ich mache aus, viel Erfolg, gutes Klingen, wir hören uns morgen, ciao. Vielen Dank.